Hoho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hellblade Senua's Sacrifice. Ja, jetzt mit installierter Problemlösung, endgültiger Problemlösung. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Ganze hier mit diesem Spiel zu testen. Ich habe allerdings schon mit einem anderen Spiel eine Aufnahme gestartet und da lief alles. Allerdings haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt, das heißt ja bei diesem Spiel wieder nichts. Ich werde natürlich wieder ein Auge auf mein Aufnahmeprogramm werfen, um zu gucken, ob auch wirklich alles problemfrei läuft. Genau, es fängt heute gut an. Problemfrei läuft. Und ich würde sagen, wir starten einfach wieder. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich glaube, dass da vorne hatten wir uns eigentlich schon angehört. Aber offensichtlich müssen wir das nochmal tun. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt als kleine Auffrischung. Auch für mich, damit ich weiß, was Sache ist. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone and his flesh into earth and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ja, okay, gut. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern an diese Geschichte. Und mir fällt gerade auch wieder ein, wo wir waren. Und irgendwie habe ich schon wieder keine Lust mehr. Nein, wir waren ja hier im Reich der Illusionen, Valraven. Und da habe ich keine guten Erinnerungen dran. Ich habe mich tatsächlich, als ich das letzte Mal meine Aufnahme kontrolliert habe und geschnitten habe, ist mir die Leiche hier das erste Mal aufgefallen. Und dann dachte ich mir, warum liegt die hier? Also ja, das ist das Reich der Illusionen. Ist das jetzt auch eine Illusion? Oder liegt die wirklich da? Und denn eigentlich sollten hier ja keine Leichen leben. Genau, Leichen und Leben. Eigentlich sollten hier ja keine Toten rumliegen, oder? Herumgeistern vielleicht im Totenreich, aber herumliegen? Oh je. Aber bis jetzt sieht es gut aus mit der Problemlösung. Aber ich möchte es nicht zu laut sagen. Also leise. Oh je, Valraven. Na, runter mit uns. Ich zittere ein bisschen. Falls man das am Controller merkt, es tut mir leid. Warte mal. Das sieht so ähnlich aus wie das, wo wir gerade waren eigentlich. Und dann geht's. Und du weißt, was es ist wie alles wieder zu lassen? Your home. Your loved ones. Und zu head deep into the Wilds. Und vielleicht nicht zu retunen. Ich frage mich, ist sie geflohen oder ist sie... Oh, da ist wieder so eine fiese Statue. Ist sie... Oh, da sind ganz viele Statuen. Oh nein. Ist sie geflohen, weil Krieg war? Und ihr Dorf war nicht mehr sicher? Oder aus welchem Grund ist sie denn in die Wildnis gegangen? Das wissen wir ja, glaube ich, noch nicht, oder? Warum ist ihr Geliebte eigentlich gestorben? Das würde mich alles mal interessieren. Also mal ein bisschen, warum wir das alles hier tun müssen. Da ist auf jeden Fall wieder so ein tolles Pendelspiel. Und ich finde es gerade echt ein bisschen unheimlich, auch mit dem Nebel, der hier gerade aufzieht. Und weil ich weiß, dass hier überall ganz viele Statuen links und rechts stehen und wir überall beobachtet werden können. Ich habe gerade das Gefühl, die Sicht verschwimmt hier so ein bisschen. Oder ich drehe wieder durch. Das kann auch sein. Ja, entschuldigt, wenn ich hier aber mal wieder stehen bleibe. Es liegt wirklich daran, ich zitter gerade ein bisschen. Ah, dieses Spiel macht mich fertig. Eigentlich müsste hier ein Regenbogen sein irgendwo. Sonne und Regen. Wo ist der Regenbogen? Ich möchte gerne etwas Glückliches sehen. Oh je, da sind ganz viele Symbole. Hier ist der ganze Wald voll. Da hinten ist ein Tor. Und dahinter sind irgendwelche Fackeln. Aber ich denke, wir müssen zuerst da oben zu der Tür, um alles auszulösen. Oh je, was ist denn das hier für ein riesiges Areal? Stellt euch schon mal auf eine Katastrophe ein. Oh je. Oh, überall diese Holzstatuen. Wirklich, ich würde mir hier, selbst wenn es nass ist, ich würde mir jetzt hier so ein Stöckchen greifen, würde das mal eben kurz hier anzünden. Und dann würde ich mal eben rummarschieren und diese ganzen Valravn-Statuen anzünden. Niederbrennen. Ich erschrecke mich mit Sicherheit gleich, weil der gleich links neben uns steht. Würde mich nicht wundern. Oh, zwei Tore. Er ist hier. Nein, er ist dort. Er ist hier. Nein, dort. Das ist Magie. Sie hat sich in den Fortschritten in den Fortschritten in den Fortschritten in den Fortschritten in den Fortschritten. Drus helped her. If it wasn't for Drus, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Sie waren lange zu mir, Dillian. She came to beat her own darkness and marry her, Dillian. But it could work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainter. Oh, die Stimmen sind gerade... Und deswegen ist sie... Sie ist freiwillig in die Wildnis gezogen, um sich irgendwie von dem Fluch zu befreien oder irgendwie gegen die Dunkelheit anzukämpfen, die wahrscheinlich... Die sie wahrscheinlich denkt, die sie... Naja, die... Sie eingenommen hat. Und da hat sie dann Drus getroffen. Getroffen. Okay, wir sind da durchgegangen. Das da... Dürfte eigentlich... Oh je, das sind... Okay, das funktioniert gar nicht. Oh Gott, das sind so viele. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Aber hier... Können wir wahrscheinlich... Es ist wirklich verdammt viel. Wir müssen erstmal, glaube ich... Wir gehen erstmal irgendwie da rüber. Können wir irgendwie da rüber? Das wäre nett. Vielleicht gehen wir hier außen rum. Erstmal wieder an den Controller gewöhnen. Okay, hier ist aber zu. Da vorne sind wir doch hergekommen, oder? Du... Blöde... Vogelstatue. Okay, irgendwie müssen wir es schaffen, die Zugbrücke wahrscheinlich runterzulassen. Aber wie? Oh, da sind das viele Symbole. Und ist das gruselig mit diesen Statuen. Vielleicht müssen wir so durchgehen. Könnte ja auch sein. War die Statue vorher schon da? Ich glaube, ich fange wieder an, durchzudrehen. Aber diese Statuen finde ich wirklich... Ich sag immer Statuen, das sind ja eigentlich keine wirklichen Statuen. Es ist so ein bisschen... Es erinnert mich ein bisschen an Effigies. Damit hatte man in... Falls es jemand kennt... ...The Forest zu tun. Da hat man dann selbst Effigies aufgebaut. Sozusagen Mahnmale. Um andere abzuschrecken. Ich glaube nicht, dass wir uns verlaufen haben. Denn hier können wir rüber. Da, wo ich eigentlich gerade hin wollte. Und dann können wir da wahrscheinlich die Zugbrücke runterlassen. Aber ich weiß noch nicht genau, was es uns bringt. Und dieses Areal ist echt verdammt groß. Er zeigt da durch. Oder zeigt er grundsätzlich nach vorne? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt fokussieren müssen. Oder ob es reicht, einfach durchzugehen. Aber hier fehlt auf jeden Fall... Also... Mal Revan. So kommen wir da auf jeden Fall nicht rüber. Aber wir kommen da runter. Okay, er führt uns im Kreis. War die Treppe vorher schon da? Es ist aber so schwierig zu sagen. Das eine Problem ist, ich gucke mich wahrscheinlich nicht so genau um. Wie... Wenn man es gerade nicht selber spielt, sondern zuschaut, dann... Sieht man teilweise ein bisschen mehr. Muss man wirklich sagen. Ja, ich bin doch jemand, der stolpert... Teilweise über das, was offensichtlich ist. Aber was bringt uns das jetzt, dass wir hier unten sind? Oh, da oben ist er. Ist das ein Zeichen dafür, dass das unser erstes Ziel ist? Aber er ist ja bei dem anderen, ist er ja auch, oder? Auf jeden Fall... Bist du gruselig? Ja, ich weiß, dass er da oben ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Damen. Stimmen. Wir könnten jetzt hier weitergehen, wo auch eine gruselige Statue ist. Oder wir gehen einfach mal ganz frech hier hoch. Die Frage ist nur... Moment mal, war das... Ich bin verwirrt. War das, war das, das, ähm... Dieser Holzkreis, war der vorhin schon da drüben? Ich, ich guck jetzt trotzdem hier... Ich fang schon an zu stottern. Ich guck jetzt trotzdem alles an. Moment mal. Okay, hier können wir uns was anhören. Hört sich fast an wie eine Drohung. Hier können wir uns was anhören. Ich muss mich aufmuntern. Ahem. Ich weiß doch nicht. Und ihr藍, das ist einfach an Toll. Da ist einfach wurde nur in Weihnachten. Aber ich frete ihn von der Weltkriege. Und er hat sich an dem Hebel in Lahm. Und er hat sich auf den Weg geflogen. Für fünf, die du dich erittet nicht. Und er hat sich nicht nur in Weihnachten. Segen Sie sind auf der Weltkriege. Und er hat sich das Zeichent. Und er hat sich an der Schlussung geschordinere Wundern. Und er hat sich hier einen Gehre. Dann fiel er aus dem Baum. Hier weiter. Hier werden die Stimmen noch ein bisschen exzessiver irgendwie. Warum sollen wir warten? Hier geht's lang, also gehen wir hier lang. Die gruseligen, gruseligen Statuen. Effigies. By Raven Effigies. Wir sollen gucken. Ravens, Raben. Es wird gespeichert. Oh, da sind wir hergekommen, oder? Natürlich, wir sind da runtergesprungen. Wir sollen fokussieren. Also hier sind wir hergekommen. Hier mache ich nicht viel. Sehr schön, wir haben uns verlaufen. Jetzt guckt er uns an. Der hat gerade noch in die andere Richtung geguckt. Hundertprozentig. Okay, also. Raven hat es mal wieder geschafft, mich absolut zu verwirren. Aber das ist ja nichts Neues. Ich würde gerne gucken, dass wir wieder irgendwie da hochkommen, wo dieses tolle Tor ist. Also laufe ich jetzt erstmal ein Stückchen zurück. Auch wenn ich da hinten jetzt vielleicht ganz viel übersehen habe. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sich ja jetzt hier irgendwas aufgetan, abgetan. Eine der Treppen, äh, eine der Brücken. Könnte ja jetzt mal runtergekommen sein. Ich dachte gerade, hier wäre jetzt ein Durchgang, aber... Nein, hier sind nur Löcher in der Mauer. Also definitiv richten sich diese Statuen nach uns aus, oder? Dass die uns angucken irgendwie. Aber da drüben kommen wir auch nicht rüber. Irgendwie müssen wir es schaffen, diese Statuen auszurichten. Äh, diese Statuen auszurichten. Diese Brücken runterzuholen. Ich bin schon ganz gaga. Und die Stimmen lachen die ganze Zeit über uns. Jetzt ist die Brücke unten. Das ist verrückt. Ich habe doch nichts anderes gemacht. Ich bin gerade im Kreis gegangen. Also, wie gesagt, wer dieses Spiel jetzt gerade guckt und sich manchmal denkt, oh Mann, Sacrifice. Was machst du denn da? Spielt das unbedingt mal selber. Das ist wirklich... Okay, die Brücke können wir wahrscheinlich so runterlassen. Es ist wirklich verrückt. Und die Tür werden wir wahrscheinlich nur von der anderen Seite aufkriegen. Die wird wahrscheinlich wieder verbarrikadiert sein, richtig? Nicht von dieser Seite. Das dachten wir uns schon. Da können die Stimmen lachen, wie sie wollen. Ich würde mich wahrscheinlich auch einfach hier durchzwängen. Ich meine, Sanua ist ja jetzt... nicht unbedingt die dickste. Also, sie wird da ja durchkommen. Ja, hier können wir die Brücke auf jeden Fall runterlassen. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz... hier rüber gucken. Aber... da drüben... eigentlich... ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müssen wir da drüben ja gewesen sein. Also, was bringt es uns jetzt, wenn wir jetzt hier die Brücke runterlassen? Dann sind wir ja nur da, wo wir angefangen haben. Eigentlich. Egal, wir lassen sie runter. Richtig? Okay. Dann sind wir jetzt... rein theoretisch. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn sie eben sagen, weil Raven, dann ist meistens so, dass sich irgendwas verändert hat. Jetzt denke ich, ich versuche wirklich stark auf die Stimmen zu achten. Und gleichzeitig, das ist wirklich doof, gucke ich immer wieder aufs Aufnahmeprogramm, ob jetzt alles passt. passt. Wir sollen wieder folgen. Und ich denke, diesmal... da vorne ist jetzt offen. Also müssen wir wieder zurück. Da waren... Ich weiß nicht, was da gerade war, ob da eine Mauer war, ob da irgendwas anderes war. Auf jeden Fall ist da jetzt offen. Und ich behaupte, da war vorher nicht offen. Oh, dieses Spiel. Also das mit dem, mit dem Feuergott. Das war ja größtenteils Kämpfen und Laufen und... Ja, eigentlich war es nur die Angst, dass man verbrennt. Hier hat man tatsächlich so ein kleines Rätselspiel irgendwie. Und ein kleines Geduldsspiel, muss ich sagen. Weil manchmal ist es auch einfach nur, dass man sich ein paar Mal umgucken muss. Okay. Wo sollen wir hin? Wir können da unten durchkriechen oder wir können nach da oben gehen. Aber erst mal, bevor ich irgendwas mache, glaube ich, machen wir besser die Tür auf, falls wir uns gleich wieder irgendwas verbauen. Das war ja sehr, 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 sehr. Ein paar mit freien Reden Dramat, folk war morgifärd Bivass, men inga änder Eglow het schist, by and on Dramat, folk war morgifärd Bivass, men inga änder I Brokensens veriendal Ein paar mit freien Reden Dramat, folk war morgifärd Dramat 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 Vielen Dank.